Hallo liebe Filmfressenfamilie, ich darf euch dank der Unterstützung von Deadline, das Filmmagazin, ganz herzlich zu einem neuen Unboxing-Video begrüßen. Nach das Geheimnis der schwarzen Handschuhe und das Geheimnis des gelben Grabes ist Jack the Ripper die dritte Veröffentlichung von Deadline in einer schönen VS-Retro-Edition. Jack the Ripper oder im Deutschen auch Der Dirne-Mörder von London ist ein spanischer Exploitation-Film von Jesus Franco Manera, der uns allen wohl eher als Jess Franco bekannt sein dürfte. Mit seiner Hilfe konnte der deutsche Produzent Erwin C. Dietrich dann auch den äußerst begehrten Klaus Kinski als Jack the Ripper gewinnen. Dieser drehte den Scheiß dann in 8 Tagen herunter. Während ich die VS-Retro-Edition hier von dem Zellophan-Käfig befreie und dabei wieder äußerst vorsichtig vorgehe, was eigentlich nicht nötig ist, weil das große Plus dieser VS-Edition ist ja immer, dass die eh schon abgenutzt aussehen, wollte ich nur noch kurz darauf hinweisen, dass dieser Film 1982 indiziert wurde und 2002 wurde diese Indizierung glücklicherweise aufgehoben. Der VS-Look ist hier natürlich entsprechend dem der anderen. Wir haben ein sehr einheitliches Design. Auf beiden Rücken steht quasi dasselbe, der große Titel, vorne drauf ein schönes Artwork-Cover mit Kinski vorne drauf und oben Videokino. Das erinnert natürlich an die Verleihkassette von Ufa. Und hier darf ein ganz besonders großes Lob ausgesprochen werden hinsichtlich der Authentizität des Designs. Da werden auf jeden Fall Erinnerungen wachen. Die einen mögen das Design als besonders grässlich empfinden, die anderen vielleicht eher als wunderschön. Wir finden es auf jeden Fall sehr authentisch. Deadline hat hier den Retro-Test durchaus mehr als bestanden. Aber gut, kommen wir zum Prunkstück dieser Edition. Wie auch schon der anderen Bein ist dies natürlich die VS-Kassette an sich. Diese sieht auf den ersten Blick natürlich genauso aus wie die anderen Bein bis auf den Titel. Das Bein ist besonders gut gelungen. Wir haben sehr starke Abnutzungserscheinungen, verblasste Schrift. Wir haben links den Barcode, wir haben rechts natürlich das Deadline-Logo, das HD-Logo, denn der Film liegt natürlich in HD vor. Und wir haben verblasste Schrift wie den Titel. Sehr gut gelungen. Optisch und auch haptisch. Das Ganze wirkt sehr hochwertig. Sehr stabiler Karton wieder. Vorne drauf der Sticker, der wieder leicht versetzt ist mit Angaben, die natürlich Quatsch sind, denn der Film liegt in HD, auch in HD Master Audio vor. Unter anderem natürlich in der Originalsprache Deutsch, aber auch Italienisch, Englisch und Französisch. Hier haben wir wieder einen Magnetmechanismus, sehr stabil. Und es ist natürlich kein Geheimnis, was sich hier drin befindet. Wir haben auf der linken Seite natürlich wieder das obligatorische Poster. Das wird mit Sicherheit auch wieder doppelseitig sein. Mal gucken, ob es hier komplett zur Entfaltung kommt. Wir erkennen auf jeden Fall schon mal Kinski. Das haben wir vorne auf der Edition schon mal gesehen. Es ist das Cover der Edition, hier als Poster. Aber gut, Kinski ist immer einen Blick wert. Das Ganze natürlich auch wieder in Hochglanzoptik. Die Faltung könnte den einen oder anderen etwas stören, aber das gehört eigentlich zum Retrofeeling dazu. Oben noch ein bisschen Text, was eigentlich Kinski beschreibt. Brutal, pervers und vor allem wahnsinnig. Aber wer könnte Jack the Ripper dann besser spielen als Kinski? Auf der anderen Seite haben wir das deutsche Plakatmotiv. Das geht dann schon ein bisschen mehr Richtung Exploitation. Das ist Ziermesser und eine nackte Dirne. Unten haben wir noch den deutschen Titel. Das ist die Variante, die mir besser gefällt von beiden. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur schlechten Geschmack. Wer weiß es. Auf jeden Fall befindet sich hier noch ein Kühlschrankmagnet mit zwei netten Bildern aus dem Film. Und danach kommen natürlich die obligatorischen Lobby Cards. Hier Kinski natürlich vertreten als Jack the Ripper. Der wird wahrscheinlich auch mehrfach auftauchen. Aber hier haben wir auf jeden Fall auch noch einen gewissen Herrn Herbert Fuchs, der ja vor 14 Jahren leider verstorben ist. In dem Film aber eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber ansonsten sehen wir natürlich hauptsächlich Kinski. Die Bilder geben auch einen guten Eindruck davon, dass es sich hierbei tatsächlich um einen Exploitation-Film handelt, in dem Kinski als wahnsinniger Jack the Ripper mit seinem Messer Dürnen seziert. Ja, ein paar nette Eindrücke, aber kommen wir zum Highlight vielleicht sogar, zum Booklet. 24 Seiten, Jack the Ripper trifft Jesus in der Schweiz. Dann wollen wir doch mal einen kurzen Blick ins Booklet riskieren. Darkness Calling, das klingt jetzt natürlich erstmal nach London, auch wenn der Film in Zürich gedreht wurde. Wir wissen natürlich alle, dass London und Zürich quasi sich so ähnlich sind wie Paris und Peking. Da es sich hierbei um einen Serienkiller-Film handelt, wird natürlich auch das True-Crime-Thema aufgegriffen. Denn Jack is always back und kommt ja quasi auch in unzähligen Verfilmungen vor. Als nächstes haben wir, gut, die Frage London oder Zürich haben wir eben schon gestellt. Egal, Hauptsache Österreich. Ziemlich neu, ich habe immer wieder ein paar Stills. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Schlagzeilen, unter anderem ein Film für Leute mit starken Nerven. Da sind wir ja als Filmfressen gut gewappnet. Hier ist anscheinend noch eine Biografie zu Klaus Kinski, dem Selbstzerstörungskünstler, wie der Autor hier sehr treffend formuliert. Da bin ich mal sehr gespannt. Ziemlich hindurch immer mal wieder ein paar Stills, Fotos, hier Aushangfotos. Das sieht sehr schön aus. Einheitliches Design bis jetzt. Und hier findet natürlich auch der Produzent wieder Erwähnung als Exploitation-Künstler. Adolf M. Frank, ein beliebtes Pseudonym von Jess Franco. Das wird anscheinend auch nochmal thematisiert hier. Und am Schluss nochmal ein Kutschenbild. Ganz am Ende wird wahrscheinlich der Autor erwähnt. Genau hierbei handelt es sich um Leonard Elias Lembke. Ein lieber Deadline-Kollege, der hier das Booklet anscheinend geschrieben hat. Ja, wir sind schon sehr gespannt, was für Zusatzinformationen das jetzt liefern wird, dieses 24-seitige Booklet. Auf der Rückseite haben wir auf jeden Fall noch ein Poster mit dem Schriftzug. Ja, das ist auf jeden Fall auch wieder sehr gut gelungen. Als letztes kommen wir natürlich zum Wichtigsten, dem Film natürlich auf Blu-ray. Hierbei handelt es sich nur um eine Blu-ray. Es gibt keine Bonus-DVD. Das ganze Bonus-Material, unter anderem Audio-Kommentar, Interviews, Deleted Scenes, eine Hommage, Werkstattbericht zur Restauration, Fotogalerie, Trailer und Trailershow befinden sich alle auf der Blu-ray. Das Bonus-Material konnten wir natürlich noch nicht sichten. Das werden wir aber nachholen und im Video-Review zu Jack the Ripper davon berichten und euch erzählen, ob das Ganze einen Mehrwert darstellt. Abschließend können wir auf jeden Fall festhalten, Deadline hat hier wieder ganze Arbeit geleistet. Es ist eine sehr hochwertige, sehr coole und vor allem sehr würdige Veröffentlichung und eine coole Ergänzung zu den anderen beiden bereits in der VHS-Retro-Edition erschienenen Titel. Das lässt Sammlerherzen höher schlagen. Demnächst kommt noch ein Video-Review. Ich hoffe, ein schönes Unboxing gesehen zu haben. Ich muss los. Das compacte Musik Untertitelung des ZDF, 2020